Hi Ladies! Heike hat mich gebeten für ihren Abiball ein wunderbares, außergewöhnliches Outfits anzustellen. Und wie ihr seht, ist das Outfit, was sich hier zusammengestellt hat, wirklich etwas außergewöhnlich. Warum? Heike hat einfach Spezialwünsche gehabt. Aber da gehe ich gleich drauf ein. Doch zuvor noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die zugehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Heike, du hattest wirklich viele Wünsche, was ich dir erfüllen sollte bei deinem perfekten Outfit. Und die Herausforderung habe ich gerne angenommen, denn wie du siehst, habe ich dir hier ein Kleid herausgesucht, was von der Marke Minimum her kommt und die Designer da haben sich wirklich etwas Geniales einfallen lassen. Denn dieses mitternachtsblaue Chiffonkleid, wo das Chiffon leicht, leicht transparent ist, ist also nicht komplett transparent, wirklich nur leicht, das ein bisschen durchschimmert, aber nur wirklich ganz dezent und der Schnitt ist sehr, sehr selten. Also man findet ihn wirklich so gut wie nie. Also sprich, mit diesem Kleid kannst du dir zu 100 pro sicher sein, dass du auf deinem Abiball einzigartig bist und keine Angst haben musst, dass jemand vielleicht ein ähnliches Kleid anhat. Und wie du siehst, das Kleid ist nicht nur von hinten gut geschnitten, sondern auch von vorne. Und dadurch, dass der Schnitt so geschnitten ist, dass das Kleid, der Chiffonstoff mehrfaltig fällt, hast du eine sehr, sehr feminine, elegante Bewegung drauf. Schon alleine, wenn du den Raum mit diesem Kleid betrittst, hast du nicht nur diese Ausstrahlung, sondern auch die Bewegung etwas, ja, Herrliches, Besonderes zu sein. Und scheinbar willst du das auch ausstrahlen nach den vielen Wünschen, was du gesagt hast. Und ich habe extra darauf geachtet, dass das Kleid vorne lang, äh, vorne kurz, hinten lang ist und auch natürlich relativ sehr luftig, locker, leicht ist, damit du nicht so schnell schwitzt, weil du tanzt ja so gerne. Aber, was ich nicht ganz verstehe, aber da komme ich nachher noch drauf, du hast eine ganz spezielle Wunschvorstellung gehabt bei den Schuhen, aber das widerspiegelt sich ein bisschen mit den Tanzen und den Schuhen, aber da kommen wir gleich noch drauf. Doch hier über den Kleid nochmal, ich denke, hier habe ich dein Kleid gefunden. Und ich freue mich natürlich auch auf dein Feedback, denn es war wirklich, ich habe bestimmt eine Dreiviertelstunde nachgesucht, um deinen Wunsch zu erfüllen und ich denke, damit habe ich es ja wirklich hinbekommen. Ein Traum. Doch, um das Ganze natürlich abzurunden und deine Wünsche von A bis Z komplett, ja, zu erfüllen, habe ich hier noch ein paar wunderschöne, ja, Sandaletten, ein paar Hi-He-Sandaletten herausgesucht und das ist genau das, was ich gerade eben meinte, denn du hast gesagt, du tanzt sehr gerne, willst aber unbedingt extrem hohe Schuhe haben und das tut doch weh, aber gut, das war dein Wunsch. Ich persönlich hätte einen etwas flacheren Schuh gewählt, aber damit du zu diesem Kleid einen richtig genialen Schuh hast, habe ich hier eine Sandalette herausgesucht, die ja special ist und zu diesem Kleid ja wie geschaffen ist. Und wie du siehst, ist die Sandalette sehr, sehr hoch, um genau zu sein, 11 Zentimeter und besteht aus einem filurartigen, schwarzen Überzug und da drauf, auf die kleinen Riemchen, extrem edle Goldverzierungen. Und das Ganze wird dein Fuß, nicht nur dein Fuß, sondern eigentlich deine ganzen Beine erstmal ewig lang machen. Du wirst wirklich richtig groß und schlank dadurch und es sieht einfach verdammt schick aus. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen aufzupunschten, dachte ich, ich bringe hier noch ein bisschen mehr Pepp und Gold herein. Und da dachte ich erstmal, okay, du wolltest noch dein Smartphone, nicht dein Smartphone, sondern dein iPad mitnehmen, wegen Fotos schießen und Co. Und eine normale Handtasche darf es auch nicht sein, aber es soll zum Kleid passen, damit es nicht Overtrust ist, nur wegen der Handtasche. Und da habe ich dir hier diese Klatsch von Haus auf Keißkraut gesucht, die ja wie geschaffen ist zu diesem Kleid, zu diesen Schuh, denn es ist erstmal im relativ schlichten, schwarzen Lederlook gehalten mit einem ja echt genialen, goldenen Kussmund drauf, was wiederum in den Schuhen wieder gespiegelt wird und das Ganze nochmal dieses Pepp gibt. Und du bekommst wirklich einfach genug hinein und auch dein iPad darf nicht fehlen. Perfekt. Aber darauf will ich nochmal das I-Pünktchen setzen, denn du hast mir so viele Wünsche gesagt, dass das alles aufeinander abgestimmt sein soll und da darf natürlich nicht der Schmuck fehlen. Und da habe ich dir hier eine Kette herausgesucht, die wie geschaffen ist für dieses Kleid und für diesen Charakter, den du mir erzählt hast, den du hast. Und eine goldene Kette mit einem Flügel tut, denke ich mal, genau das unterstreichen, was dieses Outfit aussagen soll und wer du bist. Und das Ganze macht es wirklich komplett rund und du wirst darin wirklich einfach, wirklich heiß, edel, schick und einfach genial aussehen. Und ich verspreche dir, du wirst damit deinen Abi-Ball nicht nur erleben, sondern, ja, mittendrin sein und es lieben. Vielleicht noch so am Rande, du hast blonde Haare, lass sie bitte offen. Vielleicht ein bisschen so in Wettlook-Richtung gehen, das ist auch jetzt sehr Trend wieder. Und dann hast du hier ein Outfit, wo du nicht mehr brauchst und, ja, einfach heiß aussiehst. Und wenn ihr, wie Heike, heiß aussehen wollt, besser gesagt, so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir jetzt unten in die Kommentare, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen und, ja, hoffentlich damit glücklich machen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben auf mein Logo einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit und die dazugehörigen Deals und Sales. Ist das ein Deal?